Einen wundervollen guten Tag, herzlich willkommen zurück zur Mathematik heute mit der Komposition. Die Komposition bezeichnet eine erste Möglichkeit, wie man zwei Funktionen oder Abbildungen miteinander kombinieren kann. Und das wollen wir uns mal formell und informell und visuell anschauen. Also auf alle Arten, die mir eingefallen sind. Okay, also wir definieren natürlich die Komposition mal richtig ordentlich. Und zwar, zuerst einmal haben wir gegeben, diesmal nicht zwei Mengen, sondern gleich drei Mengen. Und wir haben Abbildungen gegeben, die jeweils zwischen diesen Mengen hin und her gehen. Nämlich einmal eine Abbildung F von A, also von der Menge A, das ist diese Menge hier oben, auf die Menge B, das ist diese Menge hier unten. Und zwar mit der Abbildungsvorschrift A auf F von A. Ja, fairerweise, das ist einfach nur mal zwei für jedes Element hier drin. Also eine relativ simple Abbildung, ja. So, diese Abbildungsvorschrift F von A nach B, die muss uns nicht gegeben sein für formelle Beweise. Die kann uns aber natürlich gegeben sein. Macht die Sache meistens leichter, aber in Unimathe habt ihr das selten gegeben. So viel kann ich euch schon mal verraten. In unserem Fall ist das einfach, wie gesagt, zweimal A für ein Element A aus der Menge A. Und dann haben wir in diesem speziellen Fall noch eine zweite Abbildung gegeben. Und die geht jetzt von der Menge B, also von dieser Menge hier unten. Und das ist wichtig in diesem Fall, auf die Menge C, das ist diese Menge hier oben. Und, ja, die Abbildungsvorschrift ist in dem Fall B, für ein Element B aus B, natürlich, auf G von B. Wir nennen die Vorschrift oder die Funktion, die Abbildung G. Also, damit wir, na, durchnummerieren können. F, G, die nächste, wenn wir noch eine hätten, wäre H und die nächste Menge wäre D natürlich. Also, ihr geht dann quasi einfach das Alphabet durch. Und ihr betet, dass ihr genug Buchstaben habt, was ihr in den meisten Fällen habt. Ansonsten kann man natürlich auch sowas schreiben wie A1, A2 oder sowas, ja. Aber in dem Fall haben wir eben Mengen A, B und C und die Abbildungsvorschriften F von A auf B und G von B auf C. Und ihr seht jetzt hier, was ich gemacht habe. Alle Abbildungen sind, also beide Abbildungen sind surjektiv und injektiv. Das bedeutet bijektiv. Das macht die Sache jetzt zum Erklären einfach einfacher und nicht so verwirrend für euch. Aber muss natürlich nicht so sein. Und was wir jetzt hier haben, ist im Endeffekt von B auf C haben wir die Funktion G definiert als im Endeffekt 3 mal B. Also für ein gegebenes B. Das heißt, im Endeffekt einfach mal 3 rechnen. So 2 mal 3 ist 6. 4 mal 3 sollte 12 sein. 8 mal 3 sollte 24 sein. 6 mal 3 sollte 18 sein. Und genau, das ist unsere Abbildung G. Die ist definiert auf die Menge B, auch wenn ich sie theoretisch auf Menge A anwenden könnte. Habe ich aber nicht. So, und ja, das können wie gesagt eine beliebige Abbildung sein oder zwei beliebige Abbildungen. Und was wir jetzt uns formell definieren, ist die Komposition. Das bedeutet, wir hängen die quasi aneinander. Jetzt habe ich schon gespoilert. G Kringel F wird das Ganze geschrieben. Und ist jetzt natürlich eine Abbildung oder Funktion von A auf C. Weil, naja, wir wollen quasi B überspringen, auch wenn wir B theoretisch mitnehmen. Denn wir definieren G Kringel F als G von F von A. So, F von A ist ein Element aus B. Das haben wir hier oben definiert. Und jedes Element A ist natürlich definiert. Ja, jedes Element A hat seinen Partner in B oder mehrere Partner im Zweifel auch. Und G von B ist auch definiert. Und dementsprechend muss das eigentlich auch so definiert sein. Weil wir haben natürlich das haben. Das geht nicht unbedingt nur mit B-Aktiven Funktionen. Das kann man auch anders machen. In unserem Fall ist es einfach einfacher. Genau. Und wenn ich jetzt meine Funktion, naja, meine Funktion G von F von A definiere oder G Kringel F definiere, dann könnt ihr mal ganz kurz mich pausieren und überlegen, was genau ist denn eigentlich die Abbildungsvorschrift, wenn ich G von F von A mache. Wir hatten ja gesagt, und jetzt fange ich tatsächlich hier an zu malen. Das hier wäre, oh, das hier wäre 2 mal A und das hier wäre 3 mal B. Ja, das sind quasi unsere beiden Abbildungsvorschriften für F und für G. Und wenn ich jetzt tatsächlich hierher gehe und sage, okay, B ist dann im Endeffekt, ja, jedes Mal, wenn ich ein A reingesteckt habe, wäre das 2 mal A. Das heißt, was ich habe, ist im Endeffekt, ich kann hier das Ganze schreiben als 2 A. Und dann kann ich hier schreiben 3 mal 2 mal A. Ja, weil das ist im Endeffekt das, was G tut. Es nimmt mein B, was 2 A ist. Das Ding hier ist 2 A. Und ersetzt es da rein. Das heißt, ich habe im Endeffekt 3 mal 2 A. Was im Endeffekt bedeutet, ich habe rein logisch betrachtet, G Kringel F definiert als einfach nur 6 A. So, und jetzt können wir mal gucken, ob das so mit meiner Grafik hier zusammenkommt. Wenn ich jetzt hier 1 reinstecken würde in G Kringel F, also erst F von A bilden würde, landen wir hier bei 2. Das ist dieser Pfeil hier. Und dann landen wir, wenn wir das Ganze mal 3 machen, bei 6. Das ist im Endeffekt dasselbe, wie wenn ich direkt hier rübergehe und das Ganze mal 6 mache. Ich mache jetzt hier so ein kleines Sternchen rein. So, bei der 2 ist das im Endeffekt genau dasselbe. 2 mal 2 ist 4 und 4 mal 3 ist 12. Ja, aber 2 mal 6 ist auch 12. Das heißt, das hier ist im Endeffekt genau dieselbe Funktion. Und 3 mal 2 mal 3 ist halt 3 mal 6 ist 18. Und genauso sieht das mit 4 mal 2 und dann 8 mal 3 aus. Dann sind wir nämlich auch bei 24. Das heißt, im Endeffekt haben wir das jetzt hier so definiert, dass 3 mal F von A, was 2 A ist. Also 6 A kommt hierbei raus. Das heißt, ich kann die quasi wirklich hintereinander ausführen und dadurch spare ich mir sozusagen die Menge B da raus und kann das direkt ausrechnen. Wichtig hier ist aber zu beachten, dass natürlich eigentlich mehr möglich ist, wenn ich nur G anwende. Sagen wir einfach mal, wir haben hier noch eine 10 drin. Sagen wir, wir haben hier noch eine 12 drin. Die aber nicht getroffen werden von F. F ist in dem Fall nicht sujektiv, aber injektiv. Das kann durchaus sein. Dann definiere ich im Endeffekt hier mein G-Kringel F als weniger. Das heißt, wenn ich hier, also ich kann das natürlich hier rüberbringen. Nehme ich hier zum Beispiel mal 3 mache. Dann hätten wir hier 30 und hier hätten wir noch 36. Ups. Bööö. Dieser Leit 36 als mögliche Zahlen, die dann von 10 und 12 getroffen werden. Die kann ich aber nicht mit G-Kringel F treffen. Das geht nicht, weil ich habe nicht das passende Element hier. Das heißt, wir verlieren technisch gesehen ein bisschen was an Funktionalität. Klar, weil wir im Endeffekt die Menge B überspringen. G kann mehr als G-Kringel F. Aber das muss ja auch nicht sein. Andersrum geht das natürlich auch. Ich kann hier zum Beispiel sagen, ich habe hier noch ein Element 5. Und das bilde ich auch ab. Also das ist dann natürlich eine andere Abbildungsvorschrift. Das bilde ich auch ab auf die 4. Und die 4 wird abgebildet auf 12. Ja, dann bilde ich meine 5 bei G-Kringel F auch auf 12 ab. Das ist durchaus möglich. Das kann ich machen. Und ja, die Funktion dann aufzuschreiben wird ein bisschen schwieriger. Aber theoretisch ist das möglich. Und auch hier sehen wir eigentlich, dass sich die Eigenschaften teilweise übertragen. Das heißt, sowas wie Subjektivität, Injektivität überträgt sich. Aber das können wir natürlich dann auch noch ein bisschen uns genauer angucken. Aber ja, es überträgt sich eben nicht alles. Aber wie gesagt, dazu gibt es Sätze, dazu gibt es genauere Definitionen. Die schauen wir uns wann anders an. Für den Moment ist nur wichtig, dass ihr wisst, was diese Komposition eigentlich macht. Das ist eigentlich nur das Verketten von Funktionen. Und das ist im Endeffekt die formale Definition. Okay, ihr seht, das Ganze kann man wahnsinnig tiefgründig machen, wenn man das möchte. Aber man muss nicht. Also erstmal reicht uns so ein oberflächliches Wissen häufig mal. Und ich hoffe, es hat euch erstmal so gefallen. Wir gehen natürlich noch tiefer rein mit den folgenden Videos. Bis dann. Ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.